SILENCE NIGHT, SILENCE CHALLENGE What the? Anscheinend technologisch fortgeschritten. Aber anscheinend technologisch ist schon krass hier. Türen gehen von alleine auf. Das ist cool. Escape before it's too late. Too late? Donate. Escape before it's 3000 Euro donate. I don't know. Seller noch nicht hier. November Nightmare. Anscheinend Knobloch. Escape before too late. Leave before it's too late? I won't stay for long. Just a few photos. Wir wollen Fotos machen. Bist du eigentlich Braindead, Digger? Digger, niemals. Oh mein, das kann doch nicht wahr sein, das hier. In einem verlassenen Haus, hinter einer verborgenen Tür, gab es eine Treppe nach unten. Wir sind eher gefolgt. Wir befinden uns nun im Keller. Wollte ich gerade fragen. Und Kerzen brennen. Also hier war schon, hier war bereits jemand. Jesus! Was war das? Ich glaube, das ist genug für meinen Report. Ich hätte besser zurück. Ja, ja, Racken wird's weg einfach so. It's too late. It's too late for apologize. It's too late. It's too late. Man, dann sind die Entwickler gottlose Dings. Sowas macht man nicht. Okay, das ist kein Jumpscare. Das ist nur in Ordnung. Ich denke, wir haben einen Besuch. Was denn? Es gab eine Tür hier. Bin ich erinnert? Nein, Morg, nein, dann nutze ich ihn, wie wärs, wenn wir wieder Licht anmachen können, Bro? I'm so alone, ja, dann verrückt Es war türkisch, oder? Salam Alekül Es ist nicht türkisch Aserbaidschan? Kann es sein? Gib mir mal eine Lösung jetzt Wie komme ich hier weiter? Ihr kleine Pisser wir spielen auch ein Spiel Wir wollen findet mal eine Lösung Alter, mein Kopf zu ficken mit euren Englisch, Mann Geht googeln, guckt wie wir weiter kommen jetzt Ich mache ein Haar im Auf und ich stecke euch alle da rein Tabaka, Aksham, Musab, du auch Oh, ich fippt nicht mein Kopf jetzt, ich drehe gerade am Rad Aber lost an meint Allem anders lost an Ich komme nicht weiter. Anstatt mir zu helfen, fick dir in meinen Kopf und ballert Kralbrett rein, das ist Hinschrede. Ich krieg kaum Luft hier. Ich krieg halt an, dass die Krise gerade... Lang, geh doch schlafen, Lang. Geh doch schlafen, Lollum. Wieso bist du immer noch wach? Wieso bist du immer noch hier? Geh doch schlafen! Schick dir mal Schlafen nichts. Was sucht der immer noch hier? Geh Pan! Kann ich schlafen? Desage mir mit, fixt du mein Leben oder was? Wenn du nicht schlafen kannst, dann soll ich auch nicht schlafen können heuteabend. Ja ja. Ja, aber geh teiltest leid, ist halbes leid. Nein, behalt dein Leid, dein ist gar kein leid. Was ist so? Mach mal bitte die Lichter im Wohnzimmer zu? Zu! Ich sollte Lichter zumachen. Ich sollte Lichter zumachen! Also, ich habe mir gerade ein Video angeschaut und da macht der Typ diese Lichter im Wohnzimmer zu... Zu! Du! Seit wann kannst du nicht zu behandeln? Aus! An meine Scheme! Aus! 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 Mach doch zu! Highlight, Digga! Er sagt zu! An meine Scheme! Und so weiter geht! Ich brauche einen Herzschrittmacher! Dings! Kurz! Wir wollen erst einmal kurz klarstellen! Die Leute unterstützen mich! Und die Kiloter sind hier! Die Kiloter sind hier! Offiziell! Ich brauche einen Namen! Ich brauche einen Namen! Warum? Wer war das? Dings! Aber warum? Hä? Aber warum? Aber warum? Oh Mann! Ich brauche einen Namen! Ich brauche einen Namen! Warum? Wer war das? Dings! Dann drehte dreimal! Das ist ja jetzt nicht so schwer darauf zu kommen! Wer das gewesen sein könnte! Ich scrolle hoch! Das kenne ich! Da stand Anonymous! Da stand Anonymous! Da stand Anonymous! Seine Anonymous! Wir machen jetzt Yoga! Yoga Musik! Okay, Yoga! Weil Beleidigung ist eine Art von Yoga! Für mich! Da machen wir Yoga! Es gibt keine Yoga Musik! Hier! Yoga Musik! Tiefenentspannung! Ich wünsche dir alles schlechte auf dieser Welt! Mögest du beim Händewaschen deine Ärmel nass machen! Mögest du beim Suppe trinken deinen Löffel in Suppe fallen lassen! Mögest du beim Essen kochen! Anstatt Salz mit Zucker kochen! Mögest du deinen Tee! Anstatt Zucker reinzumachen! Salz reinmachen! Ihn trinken! Mögest du ein Eis nehmen! Drei, vier, fünf Kugeln und die fallen runter auf den Boden! Mögest du Mais essen! Und wenn du Mais isst, dein Zahn bleibt an Mais stecken! Dann ist es so! Mögest du einen kleinen Zeh an Lego! Mögest du an Lego drauf treten! Zahre Group ob Filmin Lem an5 cm 1 bis 2 bis 1 bis 11 cm 2 bis 1 mit 5 cm Untertitelung des ZDF, 2020 Herzlich Willkommen in unserem Stream, ich hoffe ihr habt einen wunderschönen Tag, ich hoffe euch geht es allen gut. Bis zum nächsten Mal.